Heute bin ich in Zimmer 402, ein Nichtraucherzimmer, im Hotel Avina in Bayreuth, im Lerner-Hotel in Bayreuth und so ein Congress-Hotel, so ein Business-Hotel, gehe mal in mein Zimmer rein, habe hier ein Doppelbett-Zimmer und habe schon meine Sachen reingelegt. Wie immer in diesen Hotels, muss ich es leider sagen, ist die Beleuchtung grausam, mit diesen Funzelbeleuchtungen für mich ganz schlimm, aber geht schon. Der klassische TFD-Zimmer, wie immer, standardmäßig, Telefon, viele Steckdosen, toll. Ich habe mir hier ein Glas Artbeck-Whisky besorgt, also der Abend ist auch gelaufen. Und so auch mal an, hier sieht er mich, in den Klamotten habe ich hingehängt. Hier ist Kleiderbügel, die Kleiderbügel sind nicht zum rausnehmen, schade. Hier Tresor, finde ich gut, wichtig. Und hier sind die Preise, Zimmerpreis 110 Euro, nicht schlecht. Nebenanlage, gehen wir mal ins Badezimmer. Hier haben wir eine Badewanne. Hier haben wir das Waschbecken. Und Handtüger sind Stahl, das habe ich schon benutzt, also nicht wundern. Hier ist die Toilette, es ist dieser Eifel da. Ja, es ist ein Föhn da. Und wir gehen mal rum. Noch ein kleines Kästchen. Und Vorsicht, Stufe, werde ich gewarnt. Hier ist eine Stufe und da fallen sie auch gleich rüber, zack. Ja, das war es gewesen. Viel ist es nicht. Es ist ein Internet da, für die Hotelgäste kostenlos. Vouchers gibt es an der Rezeption. Bayreuth, okay, ich bin da. Eine Nacht, wunderbar. Und hier sehen wir weiter. Vielen Dank.